So, guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Fallout 76 und wir wachen jetzt auf, ich mache schnell die Musik aus, zwecks Copyright, man weiß ja nie. Wir gucken jetzt einfach mal ein bisschen weiter, ein bisschen erforschen, wir haben jetzt unsere Base gleich gebaut, wir haben schon wieder Hunger und Durst, sehe ich gerade. Wir haben jetzt, wir haben es jetzt um eins und ich werde jetzt noch ein bisschen die Beta spielen, bevor es dann heißt, erst morgen Abend wieder und ich hoffe, dass wir morgen Abend natürlich zusammenspielen können mit Leuten. So, wir gucken mal auf die Map. Hier ist ja eigentlich ein Fluss, der keiner ist bei mir, wir gehen jetzt einfach mal hier hinter und erforschen mal hier hinten. Wir werden jetzt hier nicht in die Mission nachgehen, wir gucken mal, was wir hier hinten haben, was wir hier für Levels haben. Vielleicht finden wir noch eine Werkbank, wo wir das Zeug, was ich noch einstecken habe, verwerten können. So, ich werde mal den Sound ein bisschen höher stellen. Weil ich habe den Sound ziemlich tief gestellt. Ich weiß ja nicht, ob das für euch zu leise ist. So. Wir haben hier noch die Impro-Pistole. Gucken wir mal. Oh, ich habe ein Grifton-Signal gefunden. Das ist ganz schöne Radioaktivität an dem Zug. Wir gehen mal hier hoch. Wir gehen mal hier hoch. Wir brauchen ihn nicht. Wir brauchen ihn nicht. Wir brauchen ihn nicht. Oh, das schießt da oben. Was kommt denn da? Oh, oh, oh. Au. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, ah, ja. Ich schieße somit da nur bis Hölle rum. Oh, das sind aber viele. wir haben uns erst mal heilen ich habe irgendwo noch granaten gibt es bei der Tasse WGRX, Raphson Radio. Und ich bin die Operator, der Bürgermeister von Raphson. Okay, wird hier jemand zu? Lüge jemand? 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 So, jetzt gucken wir mal ob wir hier noch was finden, erstmal hatte ich da noch Blutpaket, 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 Rateray verdünnt, nochmal, was ist denn das Deck, jetzt können wir uns auch noch hochheilen, so, das Planke in der Hand, Grundgorkenvorrat gefunden, schön, so, wir machen jetzt mal das Rad wieder aus, da laubert er immer dasselbe, wir sollen irgendwie in ein Rathaus kommen, hat er gelabert, mal gucken, hier können wir uns ausruhen, oh, da hat er eine Kurzpumpgun, aber da muss ich erst hochleveln, um die auszurüsten, haben noch was gefunden, Gegenstand Leitung, Buster, rechtes Bein, haben wir noch nicht an, wir haben jetzt, ich brauche den Level 5, das ist auch Level 5, auch Level 5, die macht zwölf Schaden und so, der Revolver macht 27, also werden wir wahrscheinlich den Revolver mal hier reinziehen, der Revolver macht mehr Schaden, hab ich auch bloß 24 Schuss, oh, ich hab ein Stealth Boy gefunden, das ist natürlich sehr cool, ich weiß aber schon, ob wir den Stealth Boy einfach so haben, wir haben jetzt noch Holz rechtes Bein, Holz ist besser, das ist bestimmt eine Mod, auch wichtig für später, oder? Stealth Boy, Stealth Boy, Stealth Boy, unsichtbar für 30 Sekunden, das ist cool, schwarzes Titanerz gefunden, bestimmt auch wichtig für später, so, hat nichts mehr, wir haben ja noch was schönes, Schau mal, wir haben die Zeil von meinem Revolver gefunden, das ist natürlich cool, wir gehen mal noch hier runter, da ist ja unten noch was, was wir übersehen, da ist ja unten noch was, was wir übersehen, was, wo, was, wo, was, was, Ops. Hier haben wir eine Waffen-Lackpack, das ist cool, kann man natürlich die Gegenstände mal verwerten, die wir nicht brauchen, die Waffen, das Bleirohr, Gehstock, Impro-Bistole. Pumkan ist natürlich geil, so, dann haben wir jetzt hier auch eine Pute machen, jetzt werden wir mal auf Herstellen gehen, mal gucken, was wir so bauen können, wir haben jetzt hier, das ist unser Zeug, hier haben wir noch die Planke, wir werden jetzt erstmal den reparieren, mal gucken, verlängert der Lauf dran, haben wir ja schon mal gemacht, da fehlt unser Kleber, ja, schade, können nicht mehr dran machen, wir haben keinen Kleber, Bauplan, wir haben einen Bauplan erlernt, können wir hier testen, ja, au, raten, roten, roten, und hier oben. Ich habe einen Schlagring gehabt, cool. Aber ihr merkt es schon, das Spiel läuft online, wenn wir mal auf die Karte gucken, ich bin hier ganz alleine, auf dem Punkt, guck mal, wie viel sich hier tummeln, das wird sich dann so verteilen auf der Map, dass ihr hier kaum mal Leute triffst, ich meine, man sieht sich auf der Karte, ja, hier ist noch eine Pumkan, Pumkan Munition, das ist cool, schade, ich bin halt noch nicht Level 5, um die Pumkan überhaupt auszurüsten, wie gesagt, da muss ich erst Level 5 werden, und ich bin kurz vor 5, also vielleicht schaffen wir das noch in der Folge, dass wir mal Level 5 werden und mal die Pumkan ausprobieren können. Ich denke mal schon, dass wir das schaffen, wie gesagt, ich möchte halt hier die Mission nicht nachgehen, ist nicht so mein Ding, ich durchblute lieber alles, gucke lieber alles nach, ich möchte mir nicht die Vorfreude auf den 14. nehmen, wenn das Spiel dann endlich draußen ist. So, dann gehen wir mal hier hoch, verschaffen uns mal einen Überblick, ein bisschen. Splittergranate. Was haben wir denn hier, im Brief. Sam Blackwell und Quinn Carter, Verräter, hättet unser einer einen Überfall aufgezeichnet und sich dann geweigert, Informationen über die Täter mit den Behörden zu teilen, säßen wir sofort im Gefängnis, aber Quinn Carter ist auf freiem Fuß, obwohl sie einen Mann interviewt hat, der eines noch viel größeren Verbrechen schuldig ist. Unterstützen sie die Gerechtigkeit und boykottieren sie den Kauf des Charlons Harold, bis Quinn Carter wegen ihrer Beteiligung an einem Akt des Verrats verurteilt wurde oder sie Preis gibt, wo sie der Verräter Sam Blackwell und seine abtrünnigen Komplizen der Freien Staaten aufhalten. Bürger von Charts gegen die Korruption. Nehmen wir mit, finde den Responder-Vorauslager, sprich mit Programmeister von Crafton, folge dem Weg der Aufsagerin. Wir haben jetzt schon ein paar Missionen gesammelt. Ich finde das cool, dass man einfach so durch die Welt geht und Missionen bekommt, einen Ort betritt, Missionen dazu bekommt. Finde ich echt cool gelöst. Man hat immer ein bisschen was zu tun, es gibt zu jedem Ort eine kleine Geschichte. Da ist zum Beispiel schon eine größere Stadt. Aber hier gibt es nicht so eine Riesenstadt wie bei Fallout 4 und Diamond City, wenn das noch jemand kennt. Und sowas Großes gibt es hier nicht, wird es ja auch nicht geben. Das ist West Virginia und da ist es halt ein bisschen anders. Ein bisschen ländlicher gehalten, das finde ich auch gut so. Ich finde das erkunden und bedeckende Ortschaften immer sehr interessant. Hier waren wir ja schon mal drin, aber hier ist noch eine Laborstation. Jetzt haben wir wieder eine Herausforderung abgeschlossen. Was ist denn hier hinten noch? Rüstungswerkbank. Können wir mal gucken, kann man ja was... Wir haben jetzt ein rechtes Bein. Brustteil. Das können wir ja eigentlich verwerfen. Rüstung, langer Raum. Kann man den Pitbull auch erweitern? Mhm. Da fehlt uns leider noch Zeug, um das zu machen. Kleidung, Holz, rechtes Bein. Achso. Was soll ich denn jetzt alles sagen? Ich habe jetzt rechtes Bein. Uns fehlt noch das linke Bein. Also bauen wir uns mal. Linkes Bein. So, jetzt sind wir auf jeden Fall erst mal komplett. Ruhnen wir bald ein bisschen Richtung an. Kommen wir uns ausruhen. Von hier kommen wir doch, oder? Nee. Ketten. Können wir nicht öffnen. Das ist gelevelt zu niedrig. Lieber Spenter, du hattest recht. Du hattest recht. Ich hätte mich nie auf diese Reise einlassen dürfen. Ich hätte Paul sagen sollen, dass er diese bittere Pille eben schlucken muss. Aber stattdessen habe ich mich breitschlagen lassen und seinen Platz übernommen, damit er zu diesem bescheuerten Rockkonzert gehen kann. Jetzt sitze ich hier im West Virginia Fest, verdammt weit von Kansas entfernt. Ich stache jetzt schon seit einer Weile auf die Gleise, die vor mir liegen. Und versuche mir einzureden, dass ich es zu Fuß schaffen könnte. Ich würde einfach tagelang an diesen Gleisen entlang marschieren, bis ich bei dir bin. Ein Versuch wäre es zumindest wert, stimmt schließlich. Werden wir uns dadurch vielleicht wiedersehen, aber uns zumindest ein bisschen näher sein, nicht? Das ist alles, was ich will, glaube ich. Ich will dir einfach nur ein bisschen näher sein, bevor alles vorbei ist. In ewiger Liebe, dein Elliot. Okay. Hier ist er auf jeden Fall nicht mehr. Der ist wahrscheinlich die Gleisen entlang gelaufen. Und dabei Uge kommt. So, wir gehen mal weiter. Mal sehen wir noch was Schönes finden. Mal sehen wir noch was Schönes finden. Abgesperrte, verlassene Basis. Ich kann bestimmt noch reingehen. Flughafen Morgentown Tamil. Ah, Flughafen. Ein Flughafen, gut zu wissen. Gucken wir mal rein, was wir so entdecken. Der letzte, also unser Sucher-Responsor-Bar ist beim Flughafen worden. Die Waffe haut schon ganz schön rein. Die Waffe haut schon ganz schön rein. Das ist eine Automatik-Pistöle. Das ist eine Automatik-Pistöle. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Verkaufen wir mal ein bisschen was. So. Luka Cola nehmen wir nix. Wie sieht es denn eigentlich aus? Ich hab das mal immer abgekocht, das Wort ersehe ich. Das kann man raushören. Brauchen wir Wasser. So. Dann haben wir hier. Das ist bestimmt die Bastelwerkbank. Wie gesagt, die ganzen Werkbänden kann man sich auch alles in die Basis bauen. Sehr schön geflogen. So. 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 Jetzt bestimmt wieder raus. rede gehabt power rüstungsstation aber auch gegenstände verwerben waffenwerkbank damals was wir mal jetzt unsere waffe bis zu erweitern können kollegen ankommen sollten wir brauchen den akum schaden schießt auch was siehst du mich über mir ich spule mit ja gut hier können wir mal hoch gucken ach da ist ein spieler so jetzt mal was davon lesen wir jetzt nicht waffenwerkbank früher war ich an den wochenenden immer gerne hier ich habe den flugschein abgeschlossen wer hätte gedacht dass der flugplatz mal zur letzten bastion werden diese leute getötet diese krankheit diese verbrannten infektion überall alles menschen tiere was noch ich weiß nicht was ich dagegen tun kann aber wir müssen alle optionen in erwägung ziehen selbst die bomben diese raketen seelos sind vielleicht unsere einzige waffe im kampf gegen diese plage es handelt sich um eine art infektion sie treibt die leute in den wahnsinn irgend so ein großes tier die brandbestie überträgt diese krankheit und wenn sie zu lange in diesem zustand bleiben dann verbrennen sie von innen nach außen wie ein umgekehrter russ aber immer der reihe nach hier geht es auch wieder raus habe ich jetzt ja dürfen nicht zulassen dass sich die krankheit auf uns ausbreitet offenbar haben die responder eine art impfung entwickelt ich werde ihre arbeit fortführen das sollten sie auch hier spricht die aufseherin ende der aufnahme wir finden die ursache für diese und löschen sie aus bevor sie sich jenseits von apalachia ausbreiten kann aber immer der reihe nach wir dürfen nicht zulassen dass sich die krankheit auf uns ausbreitet offenbar haben die responder eine art impfung entwickelt ich werde ihre arbeit fortführen das sollten sie auch hier spricht die aufseherin ende der aufnahme sammeln wir jetzt auch zeug oder wie sieht das aus ja schmutziges wasser muss man abkochen wir kriegen aber jetzt mal red wenn wir das sollen hier hätten wir auch schon eine kochstelle jetzt haben wir zwei die 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 noch verdünnt ist kurz vor level ab und da können wir mal die pumpe ausprobieren informiere dich über das info projekt wo ist das ich bin zu dürfen die daten ein mission eben gewiss soll sich jetzt das an eine letzte abreise informiere dich über das projekt sieht man das auf der karte oder sieht man das halt nicht auf der karte wir haben jetzt hier mit pokémon zu kraften event also das ist ein event hier ist halt mal haupt mission wir gehen jetzt erstmal hier raus gucken wir mal weiter wie gesagt wir sind jetzt bei 30 minuten aber ich würde schon gerne noch level 5 erreichen mit der schrubflinne bisschen rumfuchteln wird die folge einfach mal bisschen länger deshalb bestimmt nicht so wild für euch die die das halt interessiert das spiel wie das ist die gucken das so ist das so ich habe auch schon mal wie dass die eine stunde ging manche streamt das live und haben über 30 stunden auf youtube wer gucken sich das bitte an ich finde immer eine halbe stunde sei schon korrekt aber jetzt bin ich schon mit der truppe das war nicht meine absicht so hier geht es schon los und dann geht man zu draußen dass der witzigen geworden klar ist aber alles ab so gut wir müssen auf jeden fall level appen das zeigt mir aber dass ich da drinnen was machen muss aber das mache ich jetzt nicht mehr jetzt zum level ab sehr schön wir haben es geschafft so stufe aufstieg du hast stufe erreicht kampf gegen andere spieler ist aktiviert teammitglied event mitglied teammitglieder event mitglied ist halt wenn man zusammenspielt oder in events sind dann schaden würden ignoriert dann spieler fremde als sie zusammenarbeiten tauschen oder angreifen schaden wird verringert dass beide parteien angreifen gegner darwin hatte recht keine schadensreduktion das heißt wenn man wenn man wenn ich jetzt auf jemand schieße und er beschießt mich schubs dann es ist immer im kampf in pvp das ist die atomrakete gut ist das wegen dem event oder wo ist denn jetzt die schreitflitter jagdgewerbe rein oh der brandwässer Das klang gerade wie die Atom, das dann eine Atomrakete startet. Das könnte auch sein, dass die Sirenenlosgung deswegen da brandt, das ist jetzt gerade schwer einzuschätzen. Du betrittst ein Eventgebiet? Ja. Eventkollision ist groß. Achtung an alle Responder. Dies ist eine Nachricht der höchsten Prioritätsstufe. Auf dem Radar haben wir einen Freiburg im Anflug entdeckt. Wir müssen die Atom sichern, damit er seine Vorräte abwerfen kann. Wir brauchen die Vorräte. Aber der Frachtbot wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bereit machen wir Kampf. Ich muss hier einfach alle umliegen wahrscheinlich. Nimm mal das Jagdgewehr. Das kurze. Oh. Was ist denn jetzt los? Leck? Oder gehen die Serverklar offline? Mal rein. Da braucht es mal ein paar Worte kopieren. Ich brauche auch weitere Gegner und Gefassstädte. Kann nix nehmen. Quests abgeschlossen. Welche Quests? Quests abgeschlossen. Quests abgeschlossen. Warum kann ich denn nix einsammeln? Jetzt gehts wieder. Wer weiß was das war. Naja. Ist ne Beta. So. Ah. Wenn Kollision geht, knapp zu einem besiegten Wellen. Geht leider nächste Welle los. Oh fuck. Ah die Waffe ist zu langsam. Ja. Mal die gute Persönlichkeit nehmen. Ich bin überleuten. Wo sind die Zwecke raus speisen? Seh ich grad. Jetzt bin ich wieder im richtigen Bereich. Hier hab ich nur noch 17 Schuss. Äh der nächste Welle kommt in 5 Sekunden und der eine Typ ist schon abgehauen. Hilfe. Trink mal noch schnell im Wasser. Tja. Und der. Wir laufen. Ah die Pumpaction ist schön cool. Schön das es so ne normale Pumpaction gibt. Haben wir jetzt alle erwischt oder? Ein bisschen Schiffel überladen. Aufgepasst Responder. Ein Frachtbott befindet sich im Anschluck. Augen nach oben Leute. Oh. Wo ist das? Ein Frischer Revolver. Ah hier wird das. So. Ja. Das ist noch ein bisschen. Die Frachtbott sind dezent verpackt. Aber wir haben eine Fracht bekommen. Die können wir jetzt looten. Taktisch. Panzerbottes Jagdgewehr. Mit Schale 3 Baseballschläger. Vor Kriegsgeld. Natürlich cool. Er wird abgeschlossen. Wir haben Zeug gekriegt. Polizei Mütze. Cool. Wir haben hier einen Revolver. Aber der hat leider keine Munition. Wir haben auch noch Waffen bekommen. Wir können auch noch was raushalten. Wir haben hier noch eine Brandachse. Natürlich auch cool. Spitzhacke. Was haben wir noch bekommen. Wir haben jetzt kalibriert. Panzerbrechen. Mit Leuchtvisier. Kann man die raushalten. Baseballschläger haben wir auch bekommen. Ja. 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 Also mit Leuchtpunktvisier. Natürlich cool. Na gut. Und ich sage mit. Hiermit erstmal. Auf Wiedersehen. Es ist sowieso jetzt gleich 2 Uhr nachts. Die Beta ist jetzt gleich zu Ende, wir beenden jetzt das Video, wir sind jetzt bei einer 3 viertel Stunde angelangt, wir haben auch eine Mission noch vor uns, ich muss sagen die Beta läuft relativ stabil, bis jetzt keine Serverbrüche gehabt und nix, ein kleines Fazit dazu, mache ich jetzt gleich hier am Ende, laut der Beta-Phase, ja Bethesda Fallout Fallout 76 hat noch diverse Bugs, Grafikfehler, aber nichtsdestotrotz ist die Welt wunderschön gestaltet, es gibt überall was zu finden, es gibt überall was zu entdecken, das Crafting-System ist gelungen, wie aus Fallout 4 üblich, das Bauen von Häusern und so macht auch ziemlich viel Spaß, es ist alles eigentlich gelungen in dem Sinne, die Frage ist, wie macht sich das weiter, die Performance finde ich auch, eigentlich vollkommen IO, wenn das Spiel dann soweit fertig ist, werden garantiert auch noch Updates kommen und Optimierungen kommen, zu meinem Abschluss Fazit, jeder der auf Fallout steht und gerne Fallout spielt und selbst die Leute, die denken, ja ich bin aber Multiplayer-Spieler im Fallout, den sage ich trotzdem, legt euch das Spiel zu, guckt es euch wenigstens mal an, weil ihr seht, ich spiele auch alleine und es ist alles noch relativ, man kann das ganze Spiel alleine genießen, es gibt halt auch Missionen, zwar nicht über NPCs, aber halt über Roboter und Holobänder und Notizen, die man findet, so dass man die Welt auch kennenlernt, ich finde es trotzdem cool gelöst, also ich werde es auf jeden Fall spielen, von mir werden auch dazu Videos kommen und im Weiteren, auf jeden Fall, das war mein abschließendes Fazit, wenn sie so weitermachen, wird das ein Bob im Spiel, lasst ein Like da, lasst ein Abbo da, reingehauen, euer Stunner.